Musik Preist den Herrn, mächtigster Prophet des Herrn. Nun, der Herr Jehova, geliebte Leute. Der Herr Jehova, der Erschaffer des Himmels. Der Erschaffer von der Erde und dem Universum. Der Erschaffer der Erde. Und allem in der Erde. Jehova Elohim. Jehova der Herr. Jehova Haschophet, der gerechte Richter. Jehova Goel. Der Herr, euer Erlöser. Jehova Schama. Der Herr. Jehova Shalom. Der Herr. Jehova Ori. Der Herr. Der Herr mein Licht. Jehova Eli. Jehova El Olam. Jehova El Yon. Der mächtige und furchtbare Gott von Israel. Er sprach mit mir, geliebte Leute. Diese letzte Nacht, ostafrikanische Zeit, auf dieser anderen Seite der Erde. Und er sprach mit mir über das Kommen des Messias. Und in dieser Unterhaltung über das Kommen des Messias. Gott, der Vater, er selbst. Besuchte mich in dieser letzten Nacht auf einer sehr, sehr enormen Weise. Und er sprach mit mir über einige der Zeichen, die auf der Erde erscheinen werden. Die Zeichen zu dem Kommen des Messias. Und er brachte mich nach Deutschland. Und er sagte zu mir, komm und sehe, was kurz davor ist zu passieren. Und in Deutschland sehe ich ein enormes Erdbeben. Es ist ein Beben. Ich denke, die Gebäude sind stark. Aber es gibt ein Schwanken. Es war ein großes Erdbeben. Denn es gibt Schwankungen. Der Gebäude. Ich habe nicht die Gebäude hinunterkommen sehen. Aber ich sah ein enormes Schwanken vom Gebäude. Wahrscheinlich ist ihr Bauseil stärker. Aber es gibt eine ernste Schwankung der Gebäude. Und der Balken. Die Leute laufen und es gibt eine Panik, dass die Balken auf ihren Kindern zusammenbrechen. Und dann sehe ich einige von ihnen in Zufluchtsstätten. Höchstwahrscheinlich wurden ihre Häuser beschädigt. Ich sehe einige von ihnen, sie liegen jetzt unten irgendwo. Und Leute spenden Kleidung. Der Herr brachte mich dort hinein. Ich habe auch Kleidung erhalten. Sie spendeten zu mir. Als Gott, der Vater, mich über Deutschland brachte. Und er zeigte mir, wie es in Deutschland passieren wird. Das enorme Erdbeben und Beben. Und dann brachte der Herr mich auch dazu. Ihr wisst, wie der Herr mit seinem Diener spricht. Er brachte mich auch dazu, unter ihnen zu sein. Als das Gebäude schwankte, schwankte. Die Leute schauten hoch zu dem Gebäude, wo sie Notunterkunft nahmen. Es schwankte und man konnte die Schwankungen sehen. Ich meine, mit dem Himmel über dir. Man sieht wirklich die Gebäude schwanken. Schwanken auf gefährlicher Weise. Sehr, sehr schwanken und gefährlich. Sehr gefährlich schwankend. Das Erdbeben, das nach Deutschland kommt. Die Beben, die nach Deutschland kommen. Aber diese Leute, die hier Notunterkunft genommen haben. Ich weiß nicht, es sieht so aus, dass ihre Gebäude dann beschädigt sein werden. Denn ich sehe sie mit ihren Kindern. Sie liegen dort, Mann, Frau. Sie schlafen und nehmen Notunterkunft in einigen Zentren. Und dann kommen Leute mit Kleidung. Mit Kleidung, sie öffnen Koffer. Der Herr brachte mich dorthin, um auch Kleidung zu bekommen. Ich selbst, denn ich war auch in der Situation. Die Erschütterungen und das Erdbeben, das nach Deutschland kommt. Die nach Deutschland kommen. Und ich sehe Leute, wisst ihr, sie sind alle dort. Sie liegen dort. Und dann geben sie Anweisungen. Die Regierungsbehörden weisen an. Bitte geht und kauft mehr Kleidung. Ich weiß nicht, warum sie sagten, geht in die Türkei. Und holt mehr Kleidung. Billigere Kleidung. Läuft schnell dorthin. Um es diesen Leuten zu geben. Ihre Häuser werden wohl irgendwo beschädigt sein. Sodass sie in dieser Situation sind. Nun, es gibt ein Erdbeben, welches nach Deutschland kommt. Es gibt ein enormes Erdbeben, das nach Deutschland kommt. Und viele Leute werden erschüttert sein. Der Herr wird euch erschüttern. Er wird euch erschüttern, Deutschland. Er wird euch erschüttern. Und er wird euch erschüttern. Um eure Aufmerksamkeit zu erhalten. Er wird euch mit einem Erdbeben erschüttern. Und euch erschüttern. Er wird euch erschüttern, Deutschland. So, dass er eure Aufmerksamkeit bekommt. So, dass ihr wisst. Dass der Bote, der den Weg vorbereitet. Für das glorreiche Kommen des Messias bereits hier ist. Gott, der Vater, er selbst hat ihn hierher gesandt. Zu dieser kritischen Zeit. Um alle Nationen vorzubereiten. Für das glorreiche Kommen des Messias. So, dass ihr abkehrt von Homosexualität. Die sexuelle Sünde zwischen Frauen, zwischen Männern. Lesbianismus. Was? Es gibt einfach so viel Böses in Deutschland gerade. Und nun der Herr erhebt einen ernsthaften Fall gegen Deutschland. Zu diesem Moment. Zu diesem Moment. Er wird euch erschüttern. Und er wird euch erschüttern. Und euch erschüttern. Er wird euch erschüttern und ihr werdet laufen und zittern. Ihr werdet zu Notunterkünften laufen. Notunterkunftszentren. Ihr werdet Flüchtlinge in eurem eigenen Land sein, die von ihrem Zuhause gelaufen sind. Nun, dies tut der Herr, damit ihr wisst, dass dieser Botschafter gekommen ist, um den glorreichen Weg für den Messias vorzubereiten. Und ihr müsst auf ihn hören. Es gibt einen Erschaffer, der all die Nationen erschaffen hat. Und das ganze Universum erschaffen hat. Und alle Leute auf der Erde erschaffen hat. Und dieser Gott, der alle Leute erschaffen hat, er hat auch Deutschland erschaffen. Und Deutsche. Und jetzt sucht er nach eurer Aufmerksamkeit zu dieser Stunde. Und dies ist, was in Deutschland passieren wird. Zu dieser Zeit. Ich weiß, dass es einen Sturm gibt, aus dem Meer heraus. Er kommt aus dem Norden. Ich sprach darüber. Und dann jetzt. Gibt es dies jetzt. Jetzt wird es das Erschüttern geben. Das Erdbeben, das nach Deutschland kommt. Der Herr hat mich zu eurem Land gebracht. Und er erhöhte mich über die Nation. Und er forderte mich auf, meinen linken prophetischen Finger zu gebrauchen. Und auf das Land Deutschland zu zeigen. Und ich sah ein enormes Erschüttern. Und er wird euch erschüttern. Er wird euch erschüttern. Nochmals. Er wird euch erschüttern, Deutschland. Sodass er eure Aufmerksamkeit bekommt. Sodass er euch erschüttert von eurer Selbstzufriedenheit. Und eurem Komfort. Wo ihr denkt, dass ihr zu niemandem Rechenschaft schuldig seid. Ihr seid euch nicht einmal bewusst, dass ihr zu dem Herrn gehört. Die Bibel sagt, in dem Buch Jesaja, sogar der Esel kennt die Futterkrippe von seinem Besitzer. Sogar der Bulle, die Kuh, der Ochse. Sie kennen ihren Besitzer. Wenn die Zeit erreicht ist, nach Hause zu gehen. Gehen sie zurück nach Hause. Wie kann es sein, dass Deutschland nicht weiß, dass sie einen Besitzer hat? Sie haben einen Besitzer. Sie schulden ihm. Rechenschaftspflicht. Sie schulden ihm Ehre und Unterordnung. Der Messias kommt, geliebte Leute. Das Volk Deutschland. Es gibt ein Erdbeben, das nach Deutschland kommt. Ich sehe euch rennen. Ich sehe, dass ihr Notunterkunft genommen habt. Ihr nehmt Notunterkunft in einem großen Gebäude oder welche auch immer. Aber wo auch immer ihr Notunterkunft genommen habt, es schwankte und schwankte. Und in dem Gebäude, wo ich war, der Herr brachte mich heraus und sagte, komm jetzt und sieh. Was dein Finger getan hat. Und als er mich nach draußen gebracht hatte, konnte ich das große Gebäude sehen. Die Leute nahmen dort Notunterkunft. Vielleicht sieben Etagen, acht Etagen. Aber als ich schaute. Von unten hinauf mit dem Himmel. Oben. Dann sah ich das Schwanken der Gebäude. Das Schwanken vom Gebäude. Gefährlich. Es gibt ein ernstes Erdbeben, das nach Deutschland kommt. Der Herr hat mich aufgefordert, Urteil über Deutschland zu sprechen. Und zu Deutschland zu sprechen, zurückzukehren. Zu ihrem Schöpfer zurückzukehren. Die ganze Zeit geht es um Autos und Autos und Autos. Und Häuser und Häuser. Und Bier und Oktoberfest. Und was noch? Und Schlemmen. Und Arbeit und was noch? Alles. Die ganze Zeit. Werden die weltlichen Angelegenheiten behandelt. Aber Deutschland ist sich nicht bewusst. Die Deutschen sind sich nicht bewusst, dass sie einen Erschaffer haben. Sie haben einen Erschaffer und sie sind ihm Ehre schuldig. Sie sind ihm Anbetung schuldig. Nun Jehova sieht Kenu. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Jehova Haschophet. Der Herr, der gerechte Richter. Er hat mich jetzt nach Deutschland gebracht und befiehlt mir, das Urteil des Herrn zu bringen über Deutschland. Und als ich von oben auf Deutschland zeigte, mit meinem linken prophetischen Finger, dann traf ein enormes Erdbeben auf Deutschland. Und ich sehe die Deutschen laufen. Geliebte Leute, der Messias kommt. Während wir jetzt unseren Kalender beginnen, an dem Kalender zu arbeiten war sehr schwierig, denn es gibt so viele Nationen. Deswegen haben wir es noch nicht erstellt. Nur Portugal ist sicher jetzt. Wir versuchen, Länder hineinzupressen, um zu sehen, wie man Länder ausarbeiten kann. Wie der Kalender ist, um zu verschiedenen Nationen zu kommen, einschließlich Deutschland. Aber davor, geliebte Leute, tut Buße, das deutsche Volk. Bevor mich der Herr dorthin bringt, tut Buße. Buße ist frei. Buße ist Liebe. Es ist kostenlos, Deutschland. Ihr gehört zu Jehova, Deutschland. Kein anderes Wesen hat euch jemals erschaffen. Nur der Gott Jehova, der Gott von Israel. Mein Sender und mein Freund. Nur er alleine, der schreckliche Gott von Israel. Jehova Miskabi. Der Herr, der hohe Turm. Jehova Banah. Der Herr, der Erschaffer. Nur er hat euch erschaffen, Deutschland. Jehova Adonai, der Herr Gott. Nur er hat Deutschland erschaffen und die Deutschen. Nun jetzt fordert er Deutschland auf, Rechenschaft abzulegen. Ihm Rechenschaft zu geben. Und er hat mich dorthin geschickt. Und ich habe das Urteil des Herrn über Deutschland gesprochen. Und ich sehe ein enormes Erdbeben, welches auf Deutschland schlägt. Die Leute laufen und ich sehe Leute, die jetzt Notunterkunft nehmen. Sie nehmen jetzt Notunterkunft an verschiedenen Orten. Notunterkunft. Sie nehmen Notunterkunft. Sie nehmen jetzt Notunterkunft. Und in diesen Gebäuden, in welchen sie Notunterkunft nehmen, haben lange Balken. Hohe Balken. Und sie schütteln gewaltsam, gewaltsam. Und dann liefen die Leute heraus. Die Leute rannten heraus. Und sahen, wie die Gebäude geschwankt haben. Ich bin mit ihnen herausgerannt. Ich bin mit den Deutschen gestern herausgerannt. Ich habe bereits diesen Tag gelebt. Ich bin mit ihnen herausgerannt und ich sah, wie das Gebäude schwankte und erschütterte und schwankte. Wo sie Notunterkunft nahmen. Und wir sagten, wow, diese Balken wären auf uns zusammengebrochen und hätten die Kinder getötet und hätten die Leute getötet, die Notunterkunft genommen haben. Und sie öffnen die Koffer. Gebrauchte Kleidung. Sie geben gebrauchte Kleidung. Gebrauchte Kleidung. Weil ihre Häuser beschädigt sind. Sie sind jetzt hierher gekommen. Bereitet den Weg, geliebte Leute. Der Messias kommt. Dies ist er, über den in der Bibel geschrieben wurde. Als der Herr sagte, Ich werde euch meinen Boten senden. Der euren Weg vorbereiten soll, bevor der schreckliche Tag des Herrn kommt. Als der Herr Gott zu dem Messias sprach. Dass er seinen Diener senden wird. Um den glorreichen Weg für das glorreiche Kommen des Messias vorzubereiten. Gebrauchte Kleidung. Gebrauchte Kleidung. Untertitelung des ZDF, 2020